Wir machen das nächste Bühne frei und diese Stelle müssen wir uns nochmal ganz ganz herzlich bedanken bei einer großartigen Band, die es uns ermöglicht hat vor ungefähr zwei Wochen irgendwie uns anzurufen und zu fragen wollt ihr mitkommen? Ja, wir können mitkommen und vielen Dank, die nächste Nummer geht raus an die unglaublichen Camelot! Hier ist Lars, alle noch! Könnt ihr auch bei YouTube sehen, unser erstes Selbstkulturiertes Video War nicht so teuer, war aber geil, das hat Spaß gemacht Hier ist für euch unser allererster Selbstkrieg Das ist alles great Und das hat mir eigentlich frei für uns selbst zu weit Alle resten, ob ihr zwei achtmalen späten und dann wird uns auch zu hören Nein! 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 Musik 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 Musik